Hi und herzlich willkommen zurück bei MRTV. Das hier ist die VR-Brillen-Kaufberatung für das Weihnachtsfest 2019. Und diese Kaufberatung wird nicht länger als 10 Minuten dauern, denn ich kann euch genau drei VR-Brillen für dieses Weihnachtsfest 2019 empfehlen, egal ob ihr Anfänger seid oder ob ihr Enthusiasten seid. Alles in diesen drei VR-Brillen. Und diese VR-Brillen sind die Oculus Quest, die Oculus Rift S und die Valve Index. Warum ich euch genau diese Brillen empfehlen kann, das erfahrt ihr in diesem Video. Und damit geht's jetzt los. Willkommen nochmal hier bei MRTV. Mein Name ist Sebastian Ang. Und auf diesem Kanal geht's um die virtuelle Realität. Wenn ihr schon eine Brille habt oder wenn ihr kurz davor seid, eine zu kaufen, eine von den dreien, wie ich euch vorschlagen würde, dann seid ihr hier genau richtig, denn hier gibt's unabhängige Reviews zu Hardware und Software. Und deswegen abonniert diesen Kanal und klickt aufs Glockensymbol, damit ihr nichts verpasst. In zwei Wochen ist es schon wieder soweit. Weihnachten steht vor der Tür und jetzt ist es aber allerhöchste Eisenbahn, mal ein wunderschönes Geschenk zu kaufen. Und was gäbe es für ein schöneres Geschenk als eine VR-Brille. VR ist inzwischen schon richtig ausgereift. Es macht total Spaß. Tolle Spiele gibt es jetzt schon, wie Stormland, Asgard's Wrath und ganz viele andere noch. Und nächstes Jahr kommt tatsächlich Half-Life raus. Und zwar Half-Life Alyx. Und zwar nur für die virtuelle Realität. Also ihr braucht ein Headset. Jetzt ist die perfekte Zeit, eins zu kaufen. Und wie ich gerade schon erwähnt habe, ich kann euch da drei Headshots empfehlen. Von Einsteiger bis Enthusiast. Alles wird mit diesen drei Headshots abgedeckt. Es gibt natürlich noch mehr Headshots, aber ich möchte es hier nicht zu kompliziert machen. Das sind wirklich die drei Headshots, die ich euch komplett empfehlen kann. Wenn ich nur eine Brille empfehlen sollte, die ich wirklich jedem empfehlen kann, dann wäre es die Oculus Quest. Das ist ein wunderbares Gerät, kostet 450 Euro. Und das Tolle an dieser Brille ist, dass es eine Standalone-Brille ist. Das heißt, ihr braucht hier keinen PC. Ihr braucht keinen Gaming-PC, um mit dieser Brille wirklich gut in die virtuelle Realität abtauchen zu können. Und es gibt eine Menge Spiele, die alle toll sind. Beat Saber funktioniert zum Beispiel. Und das ist einfach nur der Wahnsinn. Und das Tolle ist, wenn ihr dann trotzdem PC-VR-Spiele spielen wollt, wie Skyrim oder wie Boneworks oder wie Half-Life Alyx, was nächstes Jahr im März rauskommt, dann könnt ihr das auch machen. Und zwar, indem ihr einfach nur ein passendes USB-Kabel anschließt, das mit eurem Gaming-PC verbindet. Und dann wird diese Brille auch zur PC-VR-Brille. Wirklich toll. Die Grafik sieht gut aus, also das Bild, das Display ist gut. Wir haben sogar ein OLED-Display. Das heißt, wir haben sehr schöne Schwarzwerte. Richtig, richtig toll. Und auch ganz wichtig, dieses Gerät hat ein sogenanntes IPD-Adjustment. IPD steht für Inter-Populary Distance, also die Distanz zwischen euren Pupillen. Und da man das hier einstellen kann, kann man die Linsen entsprechend eurem IPD einstellen, was sehr wichtig ist für Leute, die einen großen Augenabstand haben oder einen kleinen. Also das ist wirklich so das Headset, was ich dieses Weihnachten wirklich jedem empfehlen kann. Und das haben auch schon ein paar andere Leute gemerkt, denn es ist am Amazon schon ausverkauft. Jetzt schon, am 12. Dezember. Also für die 64 GB Version, für die kleinere Version dieses Headsets, das ist ausverkauft. Aber es gibt noch die 128 GB Version auf Amazon zu kaufen. Die könnt ihr euch direkt bei Amazon bestellen. Link ist unten in der Beschreibung. Oder wenn ihr noch die 64 GB Version kaufen wollt, die auch vollkommen okay ist, dann könnt ihr das noch tun und zwar bei Oculus.com. Um es nochmal ganz deutlich zu machen, der Vorteil von der Oculus Quest im Vergleich zu den anderen Headsets ist, dass dieses Gerät keinen Gaming-PC benötigt. Und auch kein Handy, was man irgendwie vorne reinstecken müsste oder so wie früher. Nein, das Gerät ist ein Standalone-Gerät. Das funktioniert ganz genau so, wenn ihr es für 450 oder 550 Euro kauft. Ihr braucht nichts weiter. Es ist wirklich toll. Aber wenn ihr dann doch ein Gaming-PC zu Hause habt, könnt ihr es auch anschließen und die ganzen PC-VR-Spiele spielen. Das ist genial. Wenn ihr es euch einfach so kauft, werdet ihr schon richtig viel Spaß haben. Aber wenn ihr dann nächstes Jahr zum Beispiel Half-Life Alyx spielen wollt und dann ein Gaming-PC haben wollt, könnt ihr das auch machen. Es kostet 700 Euro. Ich habe euch da einen zusammengestellt und das Video dazu könnt ihr hier mal nachschauen. Die nächste Brille, die ich euch empfehlen kann, ist die Oculus Rift S. Also auch von Oculus. Dieses Gerät kostet 450 Euro, also im gleichen Preisbereich. Und für dieses Gerät braucht ihr allerdings einen Gaming-PC. Das ist nicht kabellos. Ihr seht das Kabel hier. Das wird an euren Gaming-PC angeschlossen. Und damit könnt ihr dann alle SteamVR-Spiele spielen. Ihr könnt alle Oculus-Spiele spielen. Und zwar in einer richtig guten Qualität. Die Bildqualität der Rift S ist nochmal ein bisschen besser als die von der Oculus Quest. Aber auch die Oculus Quest ist wirklich gut. Aber hier hat man eine RGB-Stripe-Matrix. Das heißt, für jedes Pixel hat man drei Subpixel. Und deswegen sieht das noch ein bisschen brillanter aus als beim Pentile-Matrix-Display der Oculus Quest. Also das ist richtig schön. Tolles Preis-Leistungs-Verhältnis. Tolle Qualität. Ihr braucht bei beiden Brillen übrigens keine Basisstationen aufzustellen, wie das früher bei der HTC Vive der Fall war. Oder auch hier bei der Vive Index noch der Fall ist. Das heißt, ihr schließt es einfach an und die Brille wird toll getrackt. Und auch die Controller werden toll getrackt. Die Controller sind übrigens bei der Oculus Rift S und bei der Oculus Quest die gleichen. Die liegen gut in der Hand und die kann man auch komplett empfehlen. Wenn ihr nur PC-VR-Spiele spielt und euch der mobile Faktor der Oculus Quest egal ist, dann würde ich euch die Oculus Rift S empfehlen. Denn für 450 Euro ist das ein tolles Preis-Leistungs-Verhältnis. Ihr habt gute Controller. Ihr habt ein gutes Display, was sogar nochmal ein bisschen besser aussieht als das Display der Oculus Quest. Und das Gerät ist auch komfortabler als die Oculus Quest, die ungemoddete Oculus Quest. Man kann hier noch was machen, Komfort-Mods für die Oculus Quest, dann ist das auch in Ordnung. Aber das ist jetzt schon direkt, wenn man es kauft, schon bequem. Also die Rift S, 450 Euro, tolles Gerät. Aber eine Sache, eine Einschränkung noch. Dieses Gerät hat keine IPD-Justierung. Das heißt, wenn ihr einen sehr großen IPD habt oder einen sehr kleinen IPD, also Augenabstand, dann ist dieses Gerät nicht so gut für euch geeignet, denn es gibt hier eben keinen manuellen IPD-Hebel, den man irgendwie hin und her bewegen könnte, um das IPD an euren Augenabstand anzupassen. Dann würde ich dann doch wieder die Oculus Quest empfehlen, wenn ihr zum Beispiel liegt bei 55 Millimeter oder bei 74 Millimeter. Der Durchschnitts-IPD liegt so bei 64 Millimeter. Und wenn ihr da so 10 Millimeter drüber oder drunter seid, dann habt ihr auf jeden Fall Probleme. Wenn ihr noch so im Bereich 4 Millimeter, 5 Millimeter drüber oder drunter seid, dann wird es noch ungefähr gehen, aber da müsst ihr schon mal schauen. Am besten mal selbst ausprobieren, wie das bei euch ist. Wenn ihr euren IPD nicht kennt, geht mal zum Optiker, lasst euch das ausmessen oder schaut mal nach Apps. Es gibt auch Apps, die das für euch ausmessen. Und übrigens, wenn ihr euch die Rift S oder die Quest kauft und euch dann wundert, hey, warum sind denn hier diese Kopfhörer nicht dabei, die Sebastian uns gezeigt hat? Das sind hier nämlich Modifikationen. Das ist das sogenannte Modicap Soundkit für Quest und Rift S. Da könnt ihr euch noch diese Sennheiser Kopfhörer an die Quest oder Rift S dran modden. Und der Link zu dem Soundkit findet ihr unten in der Beschreibung. Denn der Sound, der so dabei ist, der ist nur okay und nicht richtig total toll. Also für alle, die das Ganze noch aufrüsten möchten, das Modicap Soundkit kann ich euch auf jeden Fall empfehlen. Und jetzt kommen wir schon zur letzten Brille hier, der Valve Index. Dieses Gerät kann ich wirklich jedem empfehlen, der die beste VR-Brille haben möchte, die es momentan auf dem Markt gibt. Die Valve Index kostet im Gesamtpaket 1079 Euro. Also schon nicht so günstig, aber sie bietet auch wirklich was. Ja, erstmal zur Wiedergabe des Bildes. Das Bild ist nochmal besser als bei der Oculus Rift S. Und, sehr wichtig, ihr habt einen größeren FOV. FOV, das heißt Field of View, das ist der Blickwinkel in der virtuellen Realität. Bei diesen beiden Headsets ist der ungefähr 110 Grad. Und bei diesem, bei der Valve Index, ist das 135 Grad. Also, ihr habt einen größeren Blickwinkel in der virtuellen Realität und das macht wirklich einen Unterschied. Denn ihr seid noch mehr drin in der virtuellen Realität und ihr habt noch mehr Immersion. Und auch wirklich toll bei der Valve Index, die Audiolösung. Ihr habt hier diese Kopfhörer und die liegen nicht auf euren Ohren auf, die schweben drüber. Und deswegen ist das nochmal besonders bequem, ihr merkt die gar nicht und der Sound ist wirklich toll. Auch wirklich gut bei der Brille hier der Tragekomfort. Der Tragekomfort ist nochmal besser als bei der Rift S. Das heißt, ihr könnt die Brille stundenlang tragen, ohne dass ihr irgendwelche Probleme habt. Wirklich fantastisch. Tracking ist auch ein bisschen anders. Bei diesen beiden Brillen braucht ihr keine Basisstation aufzubauen. Bei der hier schon. Und die beiden Basisstationen sind auch schon im Preis von 1079 Euro enthalten. Die stellt ihr dann auf oder bringt die an der Wand an und dann habt ihr das beste Tracking, was es momentan auf dem VR-Markt gibt. Die Basisstationen, die senden nämlich Laser aus und die werden von diesem Gerät empfangen und dann im Raum erkannt. Dann weiß es, wo es sich im Raum befindet. Und das Tracking ist dann nochmal genauer als das Tracking von diesen Geräten. Die Geräte brauchen keine Basisstationen. Die haben Kameras. Und anhand der Kameras wird deren Position getrackt. Das geht aber auch schon wirklich gut. Aber das hier ist nochmal besser. Und auch dabei im Gesamtpaket der Valve-Index, die Valve-Index-Controller. Das sind momentan die besten Controller, die es auf dem VR-Markt gibt. Denn man kann Folgendes machen. Sie bleiben einfach an den Händen dran. Und das ist natürlich sehr schön. Das heißt, man muss sich die ganze Zeit zugreifen. Und es gibt vollständiges Finger-Tracking. Das heißt, wenn ihr in der echten Welt so macht, dann macht auch euer virtueller Charakter das. Und das ist wirklich toll und steigert auch nochmal die Immersion. Also die besten Controller sind dabei hier bei der Valve-Index. Die beiden anderen Brillen, die ich euch heute vorgeschlagen habe, haben auch Controller dabei. Und die sind auch wirklich gut. Und deswegen kann ich auch die beiden anderen Headsets empfehlen. Das sind die Oculus Touch-Controller. Werden auch toll getrackt in sechs Freiheitsgraden. Und die sind auch wirklich gut. Aber die muss man halt die ganze Zeit festhalten. Und haben nicht ganz die Funktionalität, wie zum Beispiel hier die Valve-Index-Controller. Also nochmal für alle von euch, die die beste VR-Brille, die es momentan auf dem Markt gibt, haben wollen. Das ist die Valve-Index. Und ihr wisst ja vielleicht auch, dass ich hier in Dortmund die MRTV Experience anbiete. Wo man mich besuchen kann und wo man mal alle VR-Brillen ausprobieren kann. Und die große Mehrheit an Leuten, die hier hinkommen und die alle VR-Brillen ausprobieren, und die sagen auch, jawohl, die Valve-Index, das ist hier die beste Brille, die sie ausprobiert haben. Dann, ihr wisst, nächstes Jahr kommt Half-Life Alyx raus. Das neue Half-Life-Spiel, komplett für die virtuelle Realität gemacht. Und Valve ist genau derselbe Hersteller, der diese VR-Brille macht, denn die machen auch das Half-Life-Spiel. Und deswegen kann man davon ausgehen, dass auch die besondere Funktionalität dieser Controller in dem Spiel benutzt wird. Und das waren auch schon die drei VR-Brillen, die ich euch empfehlen kann. Ich möchte allerdings noch zwei weitere Brillen erwähnen. Und zwar die PlayStation VR und die Samsung Odyssey Plus. Falls ihr eine PlayStation 4 habt oder eine PlayStation 4 Pro, kann ich euch auf jeden Fall empfehlen, auch noch die PlayStation VR zu kaufen. Die kostet ungefähr 250 Euro und das ist auch eine wirklich tolle VR-Brille. Damit könnt ihr Spiele spielen wie Resident Evil 7 oder auch Astro Bot. Wirklich tolle Spiele, die es für die anderen Brillen wiederum nicht gibt. Also auch drei Jahre, nachdem die Brille auf den Markt gekommen ist, kann ich sie immer noch empfehlen. Aber Boneworks geht zum Beispiel nicht auf der Brille und auch nächstes Jahr, wenn Half-Life-LX rauskommt, kommt es erstmal für die anderen Brillen raus und dann vielleicht später für die PlayStation VR. Dann die andere Brille hier, das ist die Samsung Odyssey Plus. Auch eine wirklich tolle Brille, aber die muss man sich aus den Vereinigten Staaten importieren von Amazon.com. Das geht recht einfach. Das Einzige, was ihr dazu braucht, ist ein Amazon-Account, habt ihr schon, und eine Kreditkarte. Das habt ihr vielleicht nicht und dann könnt ihr euch die für ca. 340 Euro inklusive schon aller Gebühren bestellen. Dieses Gerät ist definitiv so gut wie die Rift S, also auch für alle PC-VR-Spieler sehr gut geeignet und sie hat eben auch dieses IPD-Adjustment, was diese Brille nicht hat. Der einzige Nachteil bei der Brille, die ist nicht so wirklich komfortabel. Das heißt, da müsstet ihr euch noch ein VR-Cover, also so ein extra Facepad, dazukaufen von VR-Cover. Aber dann ist die Brille auch wirklich gut. Noch ein Nachteil vielleicht, die Controller sind nicht so gut wie die Controller der anderen Brillen und das Tracking ist auch nur okay. Es reicht, aber es ist nicht so gut wie das Tracking der anderen Brillen. Deswegen hat sie es nur in die Erwähnungen geschafft. Und das war es für die MRTV, VR-Brillen-Kaufberatung für Weihnachten 2019. Wenn ihr diese Kaufberatung nach Weihnachten schaut, weil ihr zum Beispiel gerade Geld bekommen habt und euch eine VR-Brille kaufen möchtet, dann ist sie natürlich immer noch gültig. Und auch noch im Januar und Februar 2020, denn es kommen erstmal keine neuen VR-Brillen raus. Sobald sich etwas daran ändert an den Brillen, die ich euch empfehlen kann, mache ich auf jeden Fall eine neue VR-Brillen-Kaufberatung. Also es lohnt sich auf jeden Fall, diesen Kanal zu abonnieren und auch die Glocke zu drücken, damit ihr keins meiner Videos verpasst. Jetzt würde ich gerne von euch wissen, und zwar im Kommentarbereich, habt ihr eine von den VR-Brillen gekauft? Fürs Weihnachtsfest, für irgendjemanden, den ihr gerne mögt oder vielleicht für euch selber? Schreibt es doch mal bitte unten in den Kommentarbereich. Das war's, ich hoffe, das war hilfreich für euch. Wenn ja, würde ich mich sehr über den Daumen nach oben freuen. Und wenn ihr diesen Kanal noch nicht abonniert haben solltet, dann tut das doch. Und ich freue mich darauf, euch beim nächsten Mal wiederzusehen. Bis dahin, macht's gut. Ciao.